Wir machen in kleinen Schritten weiter und zwar mit dem Zucker. Ja, sieben Zucker, also hier sind wir schon, haben wir hier liegen, können wir sogar einsammeln. Also haben wir schon Platz in der Scheune frei. 100 Punkte obendrauf, dreimal Gurkensmoothie. Nein, ich habe da nur einen drin. Da ist leider nur einer drin. Okay, dann werde ich den wieder in die Produktion geben müssen. Dafür machen wir uns nochmal eben schnell Scheune voll. Und ich hoffe, ich habe genug da. Da ist einmal Honig drin, das heißt ich muss eins irgendwie nebenbei noch einsammeln. Hier, wir können so einen Donut mitnehmen, so einen einfachen. Okay, zwei, der dritte liegt ja oben drauf und dann sind die auch drin. Das braucht dann auch nicht so lange. Mal noch eben schnell gucken, wie lange das jetzt genau dauert. Ja, eine knappe Stunde, dann sind die durch. Der Tee, ich bin noch in Scheune voll Modus, ja. Der Tee ist in 15 Minuten durch. Der pikante Fisch braucht noch ein bisschen länger. Schokopopcorn sowieso. Eisenarmband auch und Käsetorte auch. Also, ja, schauen wir mal in einer knappen Stunde. So rum können wir die nächsten zwei Sachen dann einsammeln und die nächsten beiden Aufgaben bekommen. Sieben Aufgaben warten dann noch auf uns, die in der Warteschleife sind. Ja, mal schauen, was bei rumkommt. Also, Punktetechnik ist heute auf jeden Fall besser als gestern. Also, ich habe gerade meine Aufnahme versemmelt. Die ist im Nirwana verschwunden. Es ist Folgendes passiert. Ich habe den Honigtee eingesammelt. Danach ist die Brotaufgabe gekommen. Ich habe momentan nur drei Brot vorbereitet. Ich hatte Kekse gemacht letzte Nacht. Deswegen muss ich die dann gleich noch produzieren. 50 Punkt ist natürlich nicht die Welt. Danach wollte ich den pikanten Fisch einsammeln. Und ja, dann ist alles davon geflogen. Ich weiß auch nicht. Deswegen machen wir da jetzt einfach weiter. Ach so, Scheune voll. Ja, also. Die liebe Technik und ich. Aber dann machen wir weiter. Haben wir den auch fertig. Viermal Grilltomaten. Das habe ich natürlich nicht. Da liegen momentan drei Hamburger rum. Okay, aber wir haben noch irgendwas fertig, glaube ich. Hatte ich nicht. Ach ja, da. Smoothie. Den haben wir fertig. Die drei Stück können wir auch annehmen. Müssen wir halt alles andere dazwischen auch einsammeln. Ja genau, um einen reicht es jetzt nicht. Können wir irgendwas? Ich blockiere das jetzt. Das werde ich wahrscheinlich gleich bereuen. Nein, es geht. Guavensaft dreimal. Okay, Saftpresse ist leer. Da habe ich nichts mehr reingeworfen heute Nacht zur Vorbereitung. Hätte ich machen können, aber habe ich halt nicht. Ich brauche aber noch sechs Guaven. Beklauen wir mal wieder hier die kleinen Bäumchen. Boah, das hat nicht gereicht, oder? Dann machen wir einmal noch kurz hier. Jetzt sollte es aber reichen. Ich möchte meine Bäume nicht versauen. Mann. Nein, es reicht immer noch nicht. Noch einmal da. Okay. Dreimal 46 Minuten. In Ordnung. Brot. Ja, blockieren wir erstmal wieder die Scheune, würde ich sagen. Mit was denn? Hier haben wir noch ein paar Eier. Dieses Geräusch, was sehr wahrscheinlich mit in der Aufnahme ist, war mein Ellbogen, der über die Tischplatte geschwammt ist. Nur um das mal klarzustellen. Ja gut, es ist Brot. Wenn ich da jetzt eins auf so sehen einsammle, kein Weltuntergang. So, fünf Brote rein. Drei liegen da. Haben wir acht zusammen. Ansonsten müssen wir jetzt noch die Grilltomaten starten. Da. Es waren vier, nehme ich an. Ja. Es waren vier. Damals ist wieder aktuell alles in der Produktion. Weiter geht es dann, wenn die Brote fertig sind. Klar, die werde ich kurz reinnehmen. Und die nächsten Sachen, die fertig werden, sind dann wahrscheinlich der Saft und das Armband. Genau. Eins nach dem anderen. Bis gleich. Weiter geht es. Brot ist fertig. Armband ist fertig. Saft noch nicht ganz. Aber ja. In ein paar Minuten. Also, Armband. Nehmen wir noch sechs Aufgaben in der Warteschleife. Noch fünf. Sammle einmal Erdnüsse ein. Das ist super schnell erledigt. Die habe ich nämlich nicht eingesammelt. Für 100 Punkte. Ja, warum denn nicht? Wir nehmen auch mal nur eins. Wer weiß. Wer weiß, was bei dem Spiel nachkommt. Boah, sammle eine Honigwabe ein. Achso, gleich aktivieren die Aufgabe. Ist auch super easy. Habe ich nämlich auch nicht gemacht. Haben wir hier. Sind ja aber auch immer sehr schnell fertig. Also, von daher. Kein Problem. Selbst wenn man die eingesammelt hätte. Abholen. Fischsuppe dreimal. Die habe ich nicht vorbereitet. Dann gehen wir uns erstmal ums Brot kümmern. Machen wir doch beim Brot einfach weiter. Da geht uns jetzt gleich der Platz dann aus. Ja, das war klar. Achso, wenn uns der Platz schon ausgeht, dann können wir uns doch gleich hier um die Suppe kümmern, oder? Nein, das Fischfilet fehlt. Okay, da muss ich wieder angeln gehen. Das mache ich dann. Jetzt hauen wir erstmal nochmal kurz was raus. Hier ist noch ein bisschen Popcorn. Gehen die restlichen Brote noch einsammeln. Brotaufgabe auch durch. Fange einen Hummer. Auch das. Gar kein Problem. Machen wir sofort. Also wenn die Sachen vorbereitet sind, das ist wirklich Gold wert. Und sie haben es geändert. Also da kommt jetzt viel öfter eins. Ich weiß noch, dass das früher immer vier war. Ich weiß nicht, ob es diese Viereraufgabe noch gibt, oder ob das jetzt generell dann eins ist. Ja, keine Ahnung. Gebt jetzt den Pool frei. Erledigt. Noch eine Aufgabe in der Warteschleife. Zwiebel-Käse-Sandwich. Habe ich, meine ich nicht. Aber doch. Zwiebel-Käse-Sandwich. Ist ready. Ready. Annehmen. 230 Punkte. Also. Wir sind wirklich, wirklich gut dabei heute mit den Punkten. Habe ich gerade irgendwas? Ne, die Fischsuppe habe ich auch noch nicht. Da gehe ich dann später angeln. Das mache ich dann irgendwie wieder so. Wir verkaufen. Wir verkaufen. Hier. Die habe ich nur gemacht, um mein Lager ein bisschen aufzufüllen. Das letzte Mal. Können wir also gut hergeben. Aufgabe ist aktiviert. Die Sandwiches. Und letzte Aufgabe des Tages. Dreimal Honig-Gesichtsmaske. Die habe ich nicht vorbereitet. Habe ich nicht da. Dreimal können wir die machen. Eins, zwei, drei. Ja. Ich habe jetzt auch einfach eingesammelt ohne Rücksicht auf Verluste, weil heute keine Aufgabe mehr kommt und ich möchte die auf jeden Fall abschließen. Deswegen habe ich mir da jetzt wenig Gedanken drum gemacht. Ja, ich werde es auch hiermit tatsächlich komplett abschließen, denn ich werde die Aufgaben soweit noch durchziehen. Bei der Suppe muss ich schauen, ob ich die bis morgen durchbekomme oder ob ich per Werbung quasi beschleunigen muss. Das sage ich euch aber morgen früh auf jeden Fall. Also morgen früh dann wieder im Startvideo des Tages, wie ich mit beiden Events quasi loslege. Und die anderen werde ich halt dann irgendwann heute am späten Abend wahrscheinlich einsammeln. Das wahrscheinlich auch erst morgen früh. Muss ich mir dann anschauen, solange wie es dann eben dauert. Aber es sind jetzt nur noch die Aufgaben zu erledigen, die hier draufstehen. Mit Ausnahme der Fischsuppe, die ich gleich mache, sobald ich das wieder geangelt habe. Kann ich das alles abschließen, sehe ich jetzt weniger Probleme und damit wäre ich quasi durch. Was wir jetzt nur noch ganz schnell machen, dafür muss ich mal eben hier nebenher einen Taschenrechner aufmachen. Wir hatten, oh Gott, 2200 Punkte hätte ich kriegen können und ich habe nochmal wie viel versemmelt? Ich bin ja so schlecht, warum merke ich mir das denn nicht? Ich habe nochmal 80, glaube ich, versemmelt, oder? Hm. Tja, wenn ich das jetzt noch wüsste, ne? Das wäre super zu wissen. Das schaue ich jetzt ganz kurz nach. Ich schneide das raus. Hat einen kleinen Moment gedauert. Also ja, ich hatte 80 Punkte nochmal verschenkt. Das heißt, wir waren bei 2120 Punkten und wir sind jetzt bei 4340, 4340. Heißt, wir haben heute 2220 Punkte gemacht bisher. Wenn wir da jetzt noch drauf addieren, was da noch rumliegt, was wir also noch einsammeln können, 170, 120, 130, nochmal 130, 140 und 80, kommen wir heute auf 2.990 Punkte. Immer noch unter 3.000, aber deutlich besser als gestern. Also ja, das sind 870 Punkte mehr als gestern und auch 700, oh Gott, wie viele waren es nochmal in Summe? 710. 710 Punkte mehr, als wir gestern überhaupt hätten kriegen können, selbst wenn wir alles gemacht hätten. Also der Unterschied ist schon krass. Mal eben 700 Punkte mehr durch Glück. Keine Ahnung, wie ich das finden soll, aber das sind die Ergebnisse des Tages. Ich packe die auch wieder in die Beschreibung unten mit rein. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich alles heute Abend oder morgen früh noch einsammeln kann. Falls was schief geht, werdet ihr es morgen früh im Startvideo erfahren. Euch noch einen schönen Abend. Es wird hier langsam regnerig und bewölkt bei mir, beziehungsweise geregnet hat es immer mal wieder den ganzen Tag, aber jetzt wird es auch einfach unangenehm draußen. Und es ist super schwül, also weiß nicht, ich hätte gerne ein Gewitter. Ein reinigendes Gewitter wäre schön. Ihr bleibt hoffentlich im Trockenen. Schönen Abend, bis morgen.